Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons in der Version 1.1.4 Es gab schon wieder ein Update, wo die anscheinend die Glückseirate angepasst haben, nach unten, meines Wissens. Und dafür soll es aber am 12. April, also am richtigen Ostersonntag, mehr Eier geben, weil da endet ja auch das Ostervent. Und das waren die Patch Notes, präsentiert von Desidious. Hallo Melinda! Guten Abend, liebe Bewohner! Es ist Montag! Ja, das läuft über heute. Die Aki ist eingezogen, das ist ein kleiner Hase, den gucken wir gleich an. Oh, so, zum Abschluss habe ich noch etwas Besonderes anzukündigen. Der unglaubliche, unvergleichliche Musiker K.K. be-ehrt uns auf Dizzy Mania. Äh, ja, muss ich gleich noch was zu sagen. Und nicht nur das, er gibt ein Konzert für alle auf der Insel, wir übertragen live. In DC Show. Ist er jetzt gleich schon da, oder was? Oh Gott, es ist halt nach 18 Uhr, ich glaube, der kommt immer um 18 Uhr, wenn überhaupt. Ah, shit, er ist schon da. Ähm, okay. Ich muss das mal kurz erklären. Also, gucken wir uns einmal kurz das Konzert an und dann sage ich euch, was abging. Äh, es ist eine Ehre, dass ihr alle da seid. Das war immer mein Traum, schon damals als junger Welpe mit einer Popgitarre. Ich wollte auf eigenen Pfoten stehen, dorthin gehen, wohin meine Straße mich führt. Immer auf der Suche nach einem magischen Ort, wo coole Leute wie ihr gemeinsam abfeiern. Und einem Streuner wie Mia zuhören wollen. Ah, Schluss mit den sentimentalen Erinnerungen. Legen wir los. Zeit für die Groove. Jawohl. Dieser ist für euch. Nicht coole Leute auf diese Mania, er heißt Neue Horizonte. Genau, știal. Der ist für euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Für den Umbauten an deinem Haus stehen dir jetzt auch Türen zur Verfügung Geil, lass mal nachgucken, was für neue Türen ich hab Ja, neue Türen! Gibt's da irgendwas Japanisches, please? Das sieht alles lame aus Lame, 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 lame Ich möchte das, was da, sowas, sowas, was Bier hat So ein Fern-Ost-Tür Oder eine Lack-Japan-Tür, ja, die sind natürlich auch cool Die gab's bei diesen Tempeln in Japan tatsächlich Auch immer mit diesem, diesen Gold Sonst noch hier so königliche Sachen Okay Also entweder Sowas Chinesisches Oder tatsächlich sowas Japanisches Ich glaub, ich nehm tatsächlich diese Goldene Lack-Japan-Tür Unsere Fassade passt aber halt gar nicht dazu, ne? Also wirklich so null Ah, dann nehmen wir hier erstmal die rote Tür Das passt auch Ich mein, das kostet nur 5000 Sternen Das können wir ja jederzeit wieder ändern 5000 ist ja nun gar nix Dann haben wir morgen auch ne schöne Tür So, ähm Warum hatte ich so viel Geld? Ich habe wieder Rüben eingekauft Ich hab euch ja die Rüben gezeigt Und wir können nochmal in den Nook mal gucken Wie viel ich denn verdient habe Denn da gibt's ja ein nettes kleines Meilen-Abzeichen Hier, Rüben-Guru Und die holen wir jetzt einfach mal ab Man muss über eine Million mit Rüben verdienen Damit man hier 2000 bekommt Und man muss über 10 Millionen mit Rüben verdienen Für das letzte Abzeichen Holy Shit Also ich glaub, ich hatte davor so 600.000 verdient gehabt Und jetzt halt nochmal 1,2 Millionen Mit der zweiten Fuhre War ganz nett Und der Typ wollte sogar nur ein DIY dafür haben Dass ich das bei ihm verkaufen konnte Hab ich leider nicht aufgenommen Aber egal So, hier nochmal verbessert Übersorgung 5 von wie vielen auch immer Wahrscheinlich 10 oder sowas Auf jeden Fall richtig viele Meilen Auf dem Holz Wir kamen wir auch noch Es fasst ein wie Holz Denn eine Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung Du hast ganz viele Bäume gefällt 2100 Mal hab ich gegen Hab ich gegen den Baum geschlagen, oder was? Oder so viel Holz hab ich mir gefarmt Ach du Scheiße Um die kulturelle Entwicklung unserer Insel zu fördern Bekommt jeder extra Meilen spendiert Der sich Konzerte von KK ansieht Nice Jeden Samstag nur ein Konzert Dann dauert das ja richtig lang Bis man da alleine 10 hat Boah, das ist ja teuer Eine Gewässerlizenz kostet 6000 Meilen Eine Plateau-Lizenz auch noch 6000 Das ist ja richtig teuer alles Eigene Design-Weg-Lizenz Uh Sowas gibt's auch Ich weiß aber nicht, ob ich das heute Ehrlich gesagt alles machen will Aber wie teuer das alles ist Also mit der Gewässerlizenz Wird man wahrscheinlich halt Gewässer anpassen können Also Wasser weg Und hinzufügen Plateau halt für Eine neue Ebene Oder eine Ebene wegnehmen Ja und die Pflaster erklären sich ja von selbst Das sind dann einfach die Designs Die man nutzen kann Um die auf dem Boden zu clustern Ja ich glaub damit kann man richtig cooles Zeug machen Werde ich jetzt aber noch nicht kaufen Machen wir Irgendwann mal Morgen oder so Da muss ich mich erstmal Da muss ich erstmal die Idee haben Wie ich überhaupt meine City machen will Ich hab ja doch gar nicht damit gerechnet Dass ich jetzt überhaupt Das Zeug schon hab Oh ein Bonjour-Shirt Das kriegt natürlich der Jay wieder zugeschickt Der sammelt die ganzen Hallo-Shirts Hab ich jetzt auch schon Mindestens zweimal erzählt Das Teddy-Shirt ist ja richtig süß Oh jetzt kann ich so viel Neues machen Und vor allem Kann ich jetzt einfach diesen ganzen Weg Den ich Im letzten Stream Angelegt hatte Für meine Baumplantage Einfach wieder abreißen Weil es mir absolut Gar nichts bringt Wenn ich jetzt dieses Dieses neue Insel-Designer-Ding hab Wir können ja mal reingucken Wir sind jetzt ein Bauer Weiter Wir haben sogar schon einen Weg Haben wir schon mehrere Wege? Wir können Gras Und eine Trampelfahrt erstellen Und mehr hab ich noch nicht Weil die anderen Lizenzen Hab ich noch nicht Okay, warte Sieht wahrscheinlich aber Gar nicht so gut aus, oder? Wir können ja mal einen Weg Vom Campingplatz Zum Strand machen So Klatsch Genial Trampelfahrt Und noch eine Trampelfahrt Geht der auch da hin? Tatsache Ist ja der Wahnsinn Da bräuchte ich aber eigentlich Diesen Sandweg, ne? Und hier geht's nicht Ist das dein Ernst? Jetzt ist hier so ein kleiner Ekliger Weg Den man nicht wegmachen kann Okay, ja cool So Wir haben einen Weg Perfekt Und wir haben anscheinend sogar Wieder Nookmeilen dafür bekommen Gestalte deine Insel Für die erste Nutzung Einer Wege, Gewässer und Plateau Und Lizenz Gibt es jeweils Meilengeschenk Ja Also man muss 12.000 ausgeben Und dann kriegt man Wie viel zurück? 2.000? Dann einmal Bei dem Nooks vorbeischauen Die müssen sich auch mal irgendwann upgraden Ich weiß leider gar nicht Wann genau Die Nicole hat mir schon gesagt Dass man hier anscheinend Ganz viel Geld ausgeben muss Und Dass die so und so viele Tage In der Stadt sein müssen Damit sie sich verbessern Was ist denn das hier alles Wieder für den Schwachsinn? Oh warte Ist das hier irgendwas mit Kirschblüte? Retroklapptisch Ehh Modeschneiderei Oh mein Gott Es gibt hier so eine Goa Hose Mehr oder weniger Das ist ja ultra gut So eine ähnliche Hose Trage ich tatsächlich auch Im Real Life Aber meine ist schwarz Wieso habt ihr kein Schwarz hier? Aber genau sowas Die sind richtig angenehm Jetzt ohne Witz So Dann ist das unser Outfit of the Day 3.620 Sternis wert Mit der coolen Goa Hose Ich mag diese Goa Hose halt Wirklich mega Die sind so angenehm Wer das noch nie getragen hat Selbst schuld Steht der Nintendo auf der Seite? Ja oder? Ja N-T-D-O Geil Nintendo Goa Hose I love it Und hallo Sina Wie geht's dir heute? Oh hallo Dizzy Geht es dir gut? Du machst zumindest so den Eindruck Zu dumm Dass ich dir nicht einmal Eine Tasse Tee anbieten kann Wo du extra hier bei uns Vorbeischaust Ich vermute inzwischen Dass wenn man die lang genug Anlabert Dass dann sogar Der Kaffeebesitzer hier ankommt Oder? Oh mein Gott Guckt euch das an Leute Ich habe Eine blaue Oder lila Eine lila Pflanze hier Meine Kreuzung Hat funktioniert Ich bin Gott Ich erschaffe neue Sachen Ha ha Also weiß und weiß Ergibt lila Oder blau Ich weiß nicht genau Hat sich dann vielleicht Auch was in meinem Garten getan? Nö Mein Garten juckt das nicht Hier sollte das eigentlich Alles erscheinen Hier habe ich ja extra Auch die weißen Nebeneinander gepackt Damit da was blaues rauskommt Aber die juckt das nicht Ich habe auch schon Erfahren Von der Nicole Dass anscheinend am Tag Nur zwei oder drei Kreuzungen Auf der ganzen Insel Erscheinen können Und das auch nur mit Glück Und anscheinend habe ich Eine Kreuzung heute bekommen Immerhin Ist jetzt auch nicht so schlecht Aber auch nicht das geilste Und unsere Obstplantage Trägt Früchte Das ist ja auch gut Oh so sieht das hier Viel geiler aus Wenn die ganzen Früchte Da dran sind I like this really much Achso hier habe ich übrigens Auch noch eine neue Obstplantage hingepflanzt Hier waren vorher ganz viele Nadelbäume Und Ich hatte jetzt aber Zehn Zehn Bäume Wegen der Museumumgestaltung Und die habe ich jetzt hier hingepackt Ich möchte Aber eigentlich mal Flick in meiner Stadt haben Beim Jay war heute Flick einfach da Bei mir war er immer noch Nie da Achso warte Wir können ja mal Bei der Aki Gucken Die hat hier sogar so ein richtig Schönes asiatisches Haus Sie hat eine asiatische Tür Asiatische Fenster Das kann man später Locker auch noch verändern Dass die Dass die Wände vom Haus Auch anders aussehen Muss das Haus so groß genug Für sein Und Aki ist ein japanischer Hase Oh Die hat sich hier auch so cool Eingerichtet Die macht locker so einen Zen-Garten oder so Das gefällt mir richtig gut Und guck Jay Du meintest ja Sie hatte nicht dieses komische Shirt an Aber doch Das war Aki So schnell sieht man sich wieder Hey Du hast mich überzeugt Hierher zu ziehen Und jetzt bin ich hier Neue Insel Neuer Trainingsplan Oh nein Schon wieder ein Sportler Da bin ich auf jeden Fall Auch mega gespannt Wie die sich morgen einrichten wird Tschüss Aki I really 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 like you Und dann fehlt ja nur noch Ein Haus Das verkauft werden muss Und das ist hier Ist auch noch nicht verkauft Deswegen Werden wir heute auch nochmal Auf eine Meileninsel gehen Und hoffen Dass da ein Bewohner ist Den wir vielleicht mögen Dann könnten wir den einladen Ja und noch ablaufende Insel hier Leider kein Flick gefunden Oder Oh Äh gar kein NPC irgendwie Aber dafür eine Fundsache Das ist toll Wer die wohl verloren hat Hallo Malika Gehört diese Fundsache dir? Hm nee Die gehört mir nicht Aber vielleicht der Charlie Ja Das ist tatsächlich meins Viel Spaß mit dem Neoprenanzug Yay Habe ich mir schon immer gewünscht Und einen Neoprenanzug Aber ich will den nicht Kannst dein Neoprenanzug Behalten Hier Achso Ist einfach so ein weißer Neoprenanzug Alles klar Dann gehen wir einmal Auf eine neue Insel Für Unseren hoffentlich Letzten Nein nicht hoffentlich Aber für Unseren letzten Mitbewohner Wenn wir da denn Einen treffen Oh Äh Ein Nasenbär Wäre zumindest Eine neue Neue Rasse Oh guck mal hier Liegt sogar eine Flaschenpost Goldgetriebe What the fuck Okay Wofür braucht man Ein Goldgetriebe Kann man sich Ein Panzer oder so herstellen Braucht ein Panzer Goldgetriebe I don't know Ja aber sonst Eine ziemlich langweilige Insel Da drüben ist halt Ein Nasenbär Aber will ich Ein Nasenbär haben Wenn ich die jetzt in meine Insel Einlade Dann haben wir halt Keinen Platz mehr Und Dann habe ich keine Katze Ich glaube ich will sie nicht Nee nee Ich will eine Katze haben Ich Keine Ahnung Die guckt jetzt auch nicht so lieb Muss ich sagen Ihr Schwanz sieht ganz cool aus Weil der so gelblich ist Aber alles andere Ich will auf jeden Fall eine Katze haben Oder einen Wolf Wolf oder Katze Am liebsten beides Dafür müsste aber dann Die natürlich aus der Stadt Rausgeekelt werden Und so gemein bin ich nicht Dass ich Leute aus der Stadt eke Ach das Inselleben Ist ein schwieriges Gibt es auf dieser Insel Denn wenigstens interessante Fische Na Na Ihr Lieben Der schmeckt gut Oh ja Lecker schmeckt Und wir haben einen Seebarsch Okay das ist überhaupt Gar nicht interessant Und du bist was Ein Barsch Cool Richtig tolle Insel Da gehen wir sofort wieder weg Das ist ja die Absolute Bullshit Insel Und für die Meiltickets hätte ich mir einfach Einen anderen Weg kaufen können Mann 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 Das probieren wir einfach gleich nochmal So Udo Was muss ich denn dieses Mal hingeschickt Nein Das ist die Tarantula Insel Mit noch einem Eichhörnchen Wenn ich das richtig sehe Oh nein Ich hab doch jetzt keinen Bock Auf eine Tarantula Insel Und einfach noch ein fucking Eichhörnchen Was ist denn mit den Eichhörnchen hier los Hi wie heißt du Oh was man kann einfach rüberhüpfen Alles klar Hi Der Rudolf Deine Dase kennen ich glaube ich noch nicht Rudolf weiß ich Lust nicht dass man sich gerade hier begegnet Wo immer wir hier sind Okay ich hab gerade mal nachgeguckt im Internet Und der Static scheint sehr beliebt zu sein Also hier der Rudolf Der heißt am englischen Static Okay Komm auf meine Insel bitte Du bist zwar kein Keine Katze Aber bitte zieh auf meine Insel Dann haben wir drei fucking Eichhörnchen Aber die Nadine werden wir noch aus ekeln Ja Wir werden die Nadine auswechseln Für irgendeine Katze oder Wolf Ich verspreche das Das ist aber sogar ein Bewohner Der ein bisschen mehr wert ist Also es gibt ja diese Amiibo Karten Von Animal Crossing Die man einsetzen kann Und dann Hät man die in ihren Campingplatz Ich hab aber diese Karten nicht Aber da kann man immer gut nachgucken Wieso die Empfinden sind Der einzelnen Bewohner Bei anderen Leuten Und zum Beispiel Nadine ist glaube ich Zwei Euro wert Und hier dieser Rudolf Ist da jetzt 25 Euro wert Also von dem her Der ist gerade am meisten wert Von allen beiden Bewohnern Den ich hab Nicht dass ich da nur nach Den Wert von den Leuten gehe Aber irgendwie schon So ein bisschen zumindest Bei den Katzen jetzt nicht Da ist mir das egal Ah nein ich werde sterben Aber daher sowieso noch Eine Person mindestens aus meiner Also da ich die Nadine Aus meiner Insel raus haben will Ist das in Ordnung Wenn wir hier den Rudolf nehmen Ja das wird jetzt wieder Ein paar Stunden dauern Bis ich hier meine ganzen Vogelspinnen habe Oh Gott Das war knapp Oh die Da ist eine selbstgemachte Spinneninsel Ja tausendmal besser Hier wird man ja Andauernd gebissen Weil eine zweite Spinne Auf dich lauert Oh ich glaube da gab es Irgendwie einen Trick Ne Dass man sich irgendwie Einen Pfad baut Wo die Spinnen Dann nicht durch können Oder so Und dass man da dann Einfach rüberspringt Das probiere ich jetzt Einfach mal aus Oh kommt doch Ihr doofen Spinnen Kommt doch Ja genau Und da kommen sie hier Nämlich nicht rüber Ja mega Und jetzt dudelt die da So doof rum Und jetzt muss ich sie Nur noch Jetzt muss ich sie Nur noch Erwischen Okay das funktioniert Zumindest besser Ja das funktioniert Ultra gut Ah shit Okay aber diesen Löchergrab trick Ist auf der Spinneninsel Wirklich Gold wert Also Sternis In diesem Fall Sehr viele Sternis Das ging jetzt So schnell Das hat vielleicht 20 Minuten gedauert Und mein ganzes Inventar ist voll Naja außer jetzt Der Bambusstab Und den Kescher Weil man den Nicht auswechseln kann Aber sonst 38 weitere Spinnen Why not Ich musste nur Meine ganzen Werkzeuge dafür ablegen Das passt schon Das war eine sehr Schöne Insel Danke Udo Schön Dann haben wir jetzt Einen neuen Mitbewohner Mit dem Rudolf Und ganz viele Spinnchen Die unsere Pyramide Der Verdammtes Noch ein bisschen Weiter aufstocken werden Mal gucken wie weit wir kommen Also so sieht das jetzt aus Und so nachdem wir die Vogelspinn platziert haben Unsere Pyramide steht Ja Ich hab sogar noch welche Was mach ich denn jetzt Mit dem Rest Das Museum wird sich drum kümmern Da bin ich mir ganz sicher So jetzt stehen die hier alle rum Müssten Ja an die An die 80 Stück sein Wenn nicht sogar 90 Oh shit Jetzt müsste halt Nur mal Flick In die Stadt kommen Das sind glaube ich Dann so 1,3 Millionen Sternis Wenn ich die alle An Flick verkaufe Beziehungsweise An Karlsson im Deutschen Wir können aber ganz kurz gucken Wie viele Sterne Wir jetzt haben Müsste ja An sich immer noch Drei Sterne sein Ja Drei Sterne Viele Leute wunderten sich auch Wieso so viele Sachen rumliegen Total chaotisch wäre das Und so Was für Sachen Was meinst du Melinda Was liegt hier rum Was den Leuten nicht gefällt Holz und sowas Das hatte ich ja eigentlich Da ja nicht alles eingesammelt Aber schon vieles Ah sehr gut Da kommt mein Gastarbeiter Aus Pslant Ja Sieht aus wie ein Gastarbeiter So der PS Ich Ist nämlich heute da Um mein ganzes Holz aufzusammeln Weil ich zu faul bin Das selber zu tun Und dafür kriegt er Am Ende 50.000 Sternis Wenn er hier alles eingesammelt hat Finde ich nicht super nett Hä Er ist einfach schon weg Wo ist er hin Wo ist mein Gastarbeiter Okay Er hat anscheinend schon angefangen Holz aufzusammeln Aber wo What the fuck Also hier oben ist Ach da Hier oben ist aber noch alles Ja Das machst du sehr gut Mein Leiharbeiter Sammle alles Holz ein Los Arbeite Arbeite du Sklave Solche Arbeiten Habe ich früher nämlich auch immer Bei Animal Crossing gemacht Ich glaube das war noch Wild World Zeiten oder so Da gab es eine Webseite Die ist Nobay Da konnte man Also die war so ein bisschen Wie Ebay Da konnte man mit Sternis Halt auf Möbel Erbieten Auf coole Möbel Oder aber halt seine Dienste anbieten Dass man irgendwie Unkraut zupft Oder Bäume fällt Oder Alles Obst von der Insel verkauft Dann hat man halt ein Teil davon abbekommen Wie viel das Obst zum Beispiel wert war Dass man 10% davon abbekommen hat Oder aber Für das ganze Unkraut zupfen Hat man dann eine Pauschale bekommen Von 10.000 Sternis oder sowas Und das fand ich immer richtig witzig Vor allem als kleiner Bube Das war dann quasi mein allererster Job Mit dem ich richtiges Geld verdient habe Richtiges virtuelles Animal Crossing Geld Zumindest Oh die ist kalt Ja aber keine Keine Krankenversicherung Wenn du für mich arbeitest Keine Krankenversicherung Das Wort kenne ich nicht Krankenversicherung Gehört nicht zu meinem Zu meinem Wortschatz dazu Dann kann ich mich nämlich Wenigstens um die Wichtigen Sachen hier kümmern Wie zum Beispiel Ein Bäumen rütteln Um Äste zu bekommen Ich glaube er ist fertig Das ist alles Dann kriegt er jetzt Mein ganzes Geld Was ich noch hatte Und Bambusprossen kann er Von mir aus auch noch haben Bieteschön Na dann hat er doch Easy peasy Geld verdient Warte Wie lange hat er jetzt gebraucht Er brauchte 15 Minuten Oh Geht ja voll klar Dann sagen wir nochmal Auf Wiedersehen Wenn man nämlich im Flughafen steht Während jemand weg geht Dann winkt man den glaube ich zu Nee Oh ich dachte ich stehe da Jetzt cool rum Das ist ja lame Arg Ich glaube ich wollte Übers Ohren gehauen Aber dafür ist meine Insel Jetzt wieder clean Ja Naja Dann auf jeden Fall Bis morgen wo wir dann Terraforming machen Muss auf jeden Fall Ein Weg können Naja Tschüss Was mach ich bloß Was mach ich bloß